Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und der Countdown läuft. Noch 13 Tage bis Weihnachten und der eine oder andere von euch hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass in diesem Jahr völlig unser Adventskalenderspielchen fehlt. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wie in jedem Jahr reichen wir noch schnell am Weihnachts-Countdown ein Adventskalenderspiel hinterher. Wie läuft das Spiel? Nun, es läuft ganz genauso wie in den letzten Jahren. Wir werden in diesem Video den ersten Buchstaben schon einblenden und dann in den nächsten 13 Videos, in den 13 Videos, die ab jetzt folgen bis Weihnachten, einen weiteren Buchstaben. Ihr könnt daraus aus diesen 14 Buchstaben ein Lösungswort zusammensetzen und dieses Lösungswort hat im weitesten Sinne etwas, wie könnte es anders sein, mit Jura zu tun. Wenn ihr das Lösungswort herausgefunden habt, dann schickt es bitte bis zum 31.12. an die Adresse info-at-wbs-law.de Info-at-wbs-law.de Und jetzt das Wichtigste. Was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es einmal ein Buch Recht im Online-Marketing. Das ist quasi mein neuestes Werk. Ein relativ dicker Schinken mit fast 800 Seiten. Und drei unserer beliebten USB-Sticks verlosen wir auch noch. Das sind USB-Sticks mit Flaschenöffner. Also für jede Lebenslage etwas dabei. Ab jetzt bitte schön aufpassen. In jedem Video kommt ein neuer Buchstabe. Wer sich alle 14 Videos inklusive diesem hier bis Weihnachten angeschaut hat, wird das Lösungswort ganz bestimmt herauspuzzeln können. Schickt uns dann eine E-Mail und daraus werden wir Anfang Januar hier live auf diesem Kanal den Gewinner ziehen. Ich wünsche euch noch eine schöne, ruhige, besinnliche Adventszeit und viel Spaß beim Knobbeln.